Hallo, ich bin Kobe. Um die rasante Ausbreitung des Corona-Vios weiter einzudämmen, muss das Social Distancing weiter verbessert werden. Kobe ermöglicht es mit der Hilfe von AI nicht nur Bestellungen aufzugeben, die dann von dir persönlich oder von einem Kobe-Helfer abgeholt werden können, sondern bietet auch kleineren Unternehmen, die sich keinen Lieferservice leisten können, eine Online-Präsenz. Kobe für Kunden In der Übersicht siehst du umliegende Apotheken, Supermärkte, Restaurants, Tankstellen sowie deren aktuelle Auslastung. Es können bei diesen Geschäften Produkte ausgewählt und nach erfolgreicher Registrierung bezahlt werden. Bezahlt wird natürlich mit Klopapier. In deinem Konto siehst du dann deine aktuellen Bestellungen. Die App informiert dich, sobald du das Paket abholen kannst. Die Bestellung kann dann von dir persönlich oder von einem Kobe-Helfer abgeholt werden. Kobe für Unternehmen Als Unternehmen kannst du dich bei Kobe als Geschäft anmelden, deine Sparte und Produkte wählen und deine Adresse einpflegen. Schon erscheinst du auf der Karte und es kann losgehen. Um deine Bestellungen im Überblick zu behalten, wird dir das Kobe-Dashboard zur Verfügung gestellt. Hier siehst du deine aktuellen Bestellungen und kannst diese nach dem Verpacken, mit der Änderung des Status zur Abholung bereitstellen. So wird dein Kunde informiert, dass er sein Paket nun abholen kann. Die Ware wird dann von Kobe Lomo übergeben. Der Kobe-Chatbot steht dir für allgemeine Fragen zur Verfügung. Frage zum Beispiel nach der nächsten Apotheke. Nach Medikamenten, Preisen oder anderen Informationen. Mithilfe der Bilderkennung kann Kobe auch Medikamente identifizieren, deren Verpackung nicht mehr vorhanden ist. Weitere Informationen zum Projekt sind auf divpost zu finden.